Wir sind hier heute auf Einladung der Lübecker Rudergesellschaft, womit Björn Lodsch uns gefragt hat, dieses Mal das zu unterstützen mit unserer RB3 Dynamic in the Rowing Machine. Wir hatten ja heute hier in Lübeck den ersten Wettkampf auf dem RB3 Ergometer. Es war ja auch eine Premiere, im Prinzip weltweit. Die Sportler hatten viel Spaß, weil es einfach ein bisschen schneller ist und ein bisschen mehr Rudern ist. Und ich glaube, das macht ihnen richtig Spaß, dass man auch im Winter jetzt das Gefühl hat, man kann rudern und es ist nicht nur so ein Fitnessgerät. Wir haben ja auch ein bisschen mehr Rowingen. Wir lieben die Kinder, wie sie auf der Wasser fahren. Die Maschine ist dynamisch, dass sie viel mehr Rowingen auf der Wasser fahren. Wie ist die Rowingen? Wir sind sehr stolz, was wir haben heute geschafft. Das ist die erste Mal mit diesem neuen Software zu nutzen, besonders mit so vielen Leuten Rowingen. Wir haben viel gelernt und ich freue mich auf es in die Zukunft zu nutzen. Und da man das Gerät. Und da haben wir auch ein neues Leben. Und da haben wir auch noch ein neues Leben. Und wir sind hier und das hier und da sind die Fotos. Die Fotos für die Fotos sind ganz großartig. Und da ist das, wie wir es in den vielen Unternehmen haben. Und da sind die Budgetbesitzer. Und da gibt es schon in das Spiel.